Liebe Gemeinde, hier vor Ort in Hannover und alle jetzt, die über den Livestream mit uns verbunden sind, heute findet bereits der vierte Gebetstag des ACCH statt, Arbeitskreis Christliche Corona-Hilfe. Wieder werden sich heute im gesamten deutschsprachigen Raum und weit darüber hinaus, wie wir inzwischen wissen, Christen versammeln in Gemeinden, in Hauskreisen, manchmal auch in ganz kleinen Gruppen und einige sind sogar als Einzelne dabei, aber ganz bewusst dabei. Der vierte Gebetstag steht nun zunächst ganz im Zeichen des großen Dankes, dass die Einführung einer allgemeinen oder altersbezogenen Impfpflicht durch den Deutschen Bundestag zunächst verhindert wurde. Dabei wollen wir nicht vergessen, dass noch immer viele Mitchristen und auch andere Zeitgenossen von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffen sind und massiven Gewissensdruck ausgesetzt. Und auch die Menschen in Österreich brauchen weiterhin dringend unsere Fürbitte und nicht zuletzt beten wir natürlich auch für unsere Geschwister in der Ukraine, aber auch für alle anderen Menschen, die von der grausigen Not dieses Krieges betroffen sind. Eine Zusammenstellung der Gebetsanliegen steht über die Homepage des ACCH zur Verfügung. Sie können das dort herunterladen und sich dann entsprechend einklinken in diesen Tag acch.info. Als bekennende evangelische Gemeinde Hannover haben wir inzwischen eine Reaktion aus Karlsruhe erhalten vom Bundesverfassungsgericht, wo wir vor circa zehn Monaten eine Verfassungsbeschwerde gegen das Gesangsverbot im Gottesdienst eingereicht hatten. Der erste Senat des Bundesverfassungsgerichts teilt uns in wenigen Sätzen mit, dass sie unsere Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung angenommen haben. Man erklärt sich also für nicht zuständig, obwohl unsere Anwälte in über 70 Seiten ausführlich dargelegt hatten, dass alle einfachrechtlichen Fragen, wie man das nennt, so weit bearbeitet sind, dass jetzt eigentlich nur noch die verfassungsrechtliche Frage zur Beantwortung ansteht. Das höchste deutsche Gericht hat also nicht erklärt, dass wir inhaltlich im Unrecht sind. Es hat unsere verfassungsrechtliche Begründung weder kritisiert noch widerlegt, sondern die inhaltliche Auseinandersetzung umgangen. Wir als bekennende evangelische Gemeinde sehen uns damit in unserer Rechtsposition bestätigt. Wir werden diese weiterhin offensiv vertreten und auch unser praktisches Vorgehen daran ausrichten. Und wir danken allen, die uns auf diesem nicht zu umgehenden Wege bisher schon unterstützt haben. Wir werden uns weiterhin aktiv für die Glaubensfreiheit und die ungestörte Religionsausübung einsetzen und damit auch für die Einhaltung von Artikel 4 unseres Grundgesetzes. Und nun mitten hinein in die Fortsetzung unserer Predigtreihe zur Genesis, wo wir es heute mit einem Patriarchen zu tun bekommen, der sich eigentümlich passiv verhält. Isaac, der Sohn Abrahams. Und deshalb lautet der Titel heute auch ein durchschnittliches Leben. Ein durchschnittliches Leben. Bei passiv musste ich an ein Erlebnis in einer anderen deutschen Behörde denken, das schon viele Jahre zurückliegt. Es war im Finanzamt. Ich wollte eine Bescheinigung für meinen Sohn abstempeln lassen und dann wieder mitnehmen. Er brauchte die damals, er hat damals in Göttingen studiert, er brauchte das für seinen Unijob. Nun sagte die Dame, wenn sie das für ihren Sohn mitnehmen wollen, brauchen sie aber seine Vollmacht und seinen Personalausweis. Da kann ich gar nichts machen. Ja, versuchte ich, schicken sie es ihm doch dann bitte direkt nach Göttingen. Ich kann ihm seine Adresse geben. Nein, das kann ich leider auch nicht machen, denn seine Hauptmeldeadresse ist Hannover. Nun gebe ich ihn ja nicht so schnell auf. Ich sagte, ja, aber vielleicht können sie ihm dann wenigstens, ich habe hier eine Nummer an, eine Faxkopie schicken an seinen Namen. Sachte sie, das geht leider auch nicht. Wir haben mir nur ein Faxgerät und das ist ständig überlastet. Da habe ich voller Verzweiflung gesagt, sie können ja gar nichts entscheiden. Wir sind dann trotzdem in Frieden geschieden. Als ich mich zur Tür flüchtete, rief sie mir noch nach, wollen sie nicht ihre Klarsichthülle mitnehmen? Das habe ich dann wenigstens gemacht, damit man mir nicht noch Beamtenbestechung vorwerfen könnte. Also manche Leute sind wirklich ziemlich passiv und heute Morgen begegnen wir einem solchen Menschen sogar in der Bibel. Sonst sprechen wir oft über die auffälligen Typen, über die Draufgänger, über die Kämpfer, über die Pioniere. Davon gibt es in der Bibel wahrlich genug. Mehrheitlich sind es die Männer, aber wir lesen auch etwa von den beherzten Frauen am Grab von Jesus. In unserem Gang durch die Genesis, zu dem wir nun heute zurückkehren, ist aber nun Isaac dran. Kapitel 26. Vor Ostern hatten wir über Abrahams Finale gesprochen. Heute geht es um seinen Sohn. Und wissen Sie, was bei Isaac am meisten auffällt, ist seine Unauffälligkeit. In vielen Situationen ist er sehr passiv, ja wird er eher geschoben, als dass er proaktiv vorangehen würde. Verglichen mit seinem Vater Abraham, aber auch mit seinem Sohn Jakob, das werden wir noch sehen, wird er sehr blass erscheinen in diesen Berichten. Erstaunlich blass. Kennen wir diesen Unterschied nicht auch innerhalb des Jüngerkreises? Einige sind uns höchst gegenwärtig. Von einigen haben wir als Bibelleser ein ganz klares Bild vor Augen. Petrus natürlich, aber Johannes auch. Matthäus, Thomas, Judas Ischariot natürlich. Bei anderen Jüngern, also auch der zwölf Apostel, erinnern wir uns mit Mühe an die Namen. Andreas, Philippus, Bartholomeus, Jakobus Alpheus, Thaddeus, Simon von Kana. Also bei denen will ich nicht behaupten, dass sie passiv waren. Sie sind alle, wie wir aus der Kirchengeschichte wissen, später als Märtyrer gestorben. Aber sie bleiben in den biblischen Berichten unauffällig. Und insofern könnte man auch Isaac den unauffälligen Patriarchen nennen. In manchem scheint er lediglich die Station seines Vaters zu wiederholen, nur in kleinerem Stil. Also alles ein paar Nummern unauffälliger. Und wir fragen natürlich, warum? In Gottes Wort gibt es ja keine Zufälle. Und deshalb hat uns sicher auch die Unauffälligkeit Isaacs etwas Wichtiges zu sagen. Eine der Fragen zum Beispiel, kann ein durchschnittliches Leben dennoch eine überdurchschnittliche Wirkung bekommen? Titel dieser Predigt also ein durchschnittliches Leben. Und das beginnt schon mit dem Namen Isaacs. Ein erstes Indiz. Abraham, das heißt Vater der Menge. Jakob, Isaacs Sohn, wird bedeuten, der nach der Ferse greift. Und wir werden sehen, der Jakob ist ein ganz schön aggressiver Typ. Sogar Ismail hat einen interessanten Namen. Gott hört. Aber Isaac heißt einfach, er lacht. Im hebräischen Zachrack, lachen, tendeln, scherzen. Das klingt nicht gerade bedeutungsschwer. Und nächste Beobachtung, es gibt auch nicht viel Bibeltext über Isaac. Also unser Kapitel 26, was heute dran ist, ist das einzige Kapitel, das er ganz für sich hat. Nur hier tritt Abrahams Sohn für kurze Zeit als ein Hauptakteur auf die Bühne der Heilsgeschichte. Und selbst da, selbst da wird am Schluss in den Versen 34 und 35 schon wieder zum Konflikt zwischen Jakob und Esau hingeführt. Immerhin gibt es einige weitere Szenen mit Isaac. Da bleibt er eher Nebendarsteller. Denken Sie an das Drama am Berg Moriah, als Abraham dorthin geht, um seinen Sohn zu opfern. Das ist erst mal der Auftrag, was ja dann nicht geschieht. Abraham handelt. Isaac bleibt seltsam passiv. In Kapitel 24 sucht der Brautwerber für ihn die richtige Frau. Isaac nimmt sie lediglich in Empfang. In Kapitel 25 beerdigt er gemeinsam mit seinem Bruder Ismail den Vater. In Kapitel 25 sehen wir auch, wie er von seinen beiden Söhnen, also Jakob und Esau den bodenständigeren Esau offensichtlich bevorzugt, obwohl Jakob bereits als Segensträger von Gott identifiziert worden war. Und in Kapitel 27 sehen wir dann nochmal, wie Jakob sich den väterlichen Segen erschleicht und der passive Isaac quasi übertölpelt wird. Ein durchschnittliches Leben. Nur hier in Kapitel 26 agiert Isaac als der Hauptverantwortliche. Und das schauen wir uns kurz an, um dann für uns einige Schlussfolgerungen daraus abzuleiten. Also an Herausforderungen hat es auch Isaac wahrlich nicht gemangelt. Gehen wir gleich hinein in diesen Text 26, 1 und 2. Es kam aber eine Hungersnot in das Land nach der vorherigen Hungersnot, die zu Abrahams Zeiten gewesen war. Und Isaac zog nach Gerar zu Abimelech, dem König der Philister. Da erschien ihm der Herr und sprach, Reise nicht nach Ägypten hinab, sondern bleibe in dem Land, das ich dir nennen werde. Sei ein Fremdling in diesem Land und ich will mit dir sein und dich segnen. Denn dir und deinem Samen will ich alle diese Länder geben. Ich will den Eid bestätigen, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe. Und ich will deinen Samen mehren wie die Sterne des Himmels. Und ich will deinem Samen das ganze Land geben. Und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Völker der Erde, weil Abraham meiner Stimme gehorsam gewesen ist und meine Rechte, meine Gebote, meine Satzungen und meine Gesetze gehalten hat. So wohnte Isaac in Gerar. Erneut wird also das Land von einer Hungersnot ereilt, wie schon bei Abraham 90 Jahre vorher. Gerar an der Mittelmeerküste oder nahe der Mittelmeerküste war eine gute Anlaufstelle für Isaac. Dort bestand noch der Vertrag zwischen den Führern dort und Abraham, der vor vielen Jahrzehnten geschlossen worden war. Das haben wir in Kapitel 21 gesehen. Natürlich, wir hatten schon gesagt neulich, dass die klassischen Philister sich erst 1200 vor Christus dort angesiedelt haben. Also zu der Zeit von Isaac noch gar nicht lebten, aber wir wissen eben auch, dass dort an der südlichen Westküste Kanaans, also was man so gemein in Philisterland nennt, Seehändler siedelten, die wahrscheinlich aus der Ägäis kamen, die Vorläufer der späteren klassischen Philister. Und um die geht es hier, deren Gebiet ist hier gemeint. Man kann das also geografisch ganz eindeutig zuordnen. Und angesichts der nahenden Hungersnot plant Isaac offensichtlich, es seinem Vater nachzumachen, der seinerzeit ausgewichen war nach Ägypten. Kapitel 12. Doch im Unterschied zu Abraham bekommt sein Sohn jetzt eine klare Anweisung von Gott, auf keinen Fall nach Ägypten zu gehen. Da erschien ihm der Herr und sprach fest, reise nicht nach Ägypten hinab, sondern bleibe in dem Land, in dem du jetzt bist. Sei ein Fremdling in diesem Land. Das ist das verheißene Land. Räum das Feld hier nicht. Nimm die Verheißung in Anspruch. Gott lässt es also nicht zu, dass sein Segensträger wieder aus dem verheißenen Land rausgedrängt wird. Doch auch in diesem vertrauten Umfeld lauert die Versuchung, nicht nur im fernen Ägypten. Und bei den nächsten Versen ist man versucht zu sagen, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Das sind die Verse sieben bis zehn. Und als die Leute des Ortes, also dort in Gerar, nach seiner Frau fragten, da sprach er, sie ist meine Schwester. Denn er fürchtete sich zu sagen, sie ist meine Frau, weil er dachte, die Leute an diesem Ort könnten mich um Rebekkas Willen töten, denn sie war sehr schön. Und das geschah, als er sich längere Zeit dort auffiel. Da schaute Abimelech, der König der Philister, durchs Fenster und bemerkte, wie Isaac mit seiner Frau Rebekka vertraut, scherzte. Da rief Abimelech den Isaac und sprach, siehe, sie ist deine Frau. Wie konntest du sagen, sie ist meine Schwester? Isaac antwortete ihm, ich dachte, ich müsste vielleicht sterben um ihre Twillen. Abimelech sprach, warum hast du uns das angetan? Wie leicht hätte jemand vom Volk sich zu deiner Frau legen können? So hättest du eine Schuld auf uns gebracht. Das kennen wir von Abraham. Und wir wissen, dass bei Abraham diese Frauenfalle zweimal zugeschnappt hatte. Zunächst in Ägypten, als er seine Frau quasi dem Harem Pharaos zugeführt hatte, um nicht selber gewissermaßen in Bedrängnis zu kommen, dass sie ihn beseitigen, um an seine Frau heranzukommen. Und dann nochmal in Kapitel 20, ja, Gerar war das auch gewesen. Und das war auch ein Abimelech gewesen. Abimelech wahrscheinlich ein Titel, höchstwahrscheinlich der Vorgänger dieses Abimelech, um den es hier geht. Und wir sehen, Isaac wiederholt leider die Sünde seines Vaters. Für die Bibelkritik war das ein Argument gegen die Historicität dieses Textes. Die haben gesagt, das ist eine Dublette, Wiederholung. Das kennen wir doch schon. Aber das ist pure Willkür, so etwas zu behaupten, weil die Quellen dieses Ereignis ja berichten. Nein, für die Bibel ist es eine Erinnerung daran, dass Sünder, dass Sünder offensichtlich nur bedingt aus der Geschichte ihrer Vorfahren lernen. Das sagt die Bibel hier. Friedrich Nietzsche, der atheistische Philosoph, hat es ja so formuliert, was lernen wir aus der Geschichte der Völker, dass die Völker offensichtlich nichts aus der Geschichte gelernt haben. Und hier könnte man sagen, was lernen wir aus der Geschichte der Sünder, dass die Sünder offensichtlich nichts aus der Geschichte ihrer vorhergehenden Sünder gelernt haben. Abimelech, wie gesagt, wahrscheinlich ein Titel des Herrschers, Nachfolger des Zeitgenossen von Abraham. Ein Unterschied? Bei Isaac ist alles viel gemäßigter als bei Abraham. Also während Isaacs Mutter Sarah damals schon im Harem der Herrscher angekommen war, bevor jeweils herauskam, dass sie verheiratet ist, fliegt die Lüge bei Rebekah schon vorher auf, diese Zufallsentdeckung von Abimelech. Und während Gott zu Abrahams Zeiten den Pharao und den Abimelech durch direktes Eingreifen gewarnt hat. Es war ja dann in einem Fall so, dass die Frauen so lange nicht mehr schwanger werden konnten des Volkes, bevor die Sache aufgeklärt worden war. Ja, lässt der Herr bei Isaac die Wahrheit hier eher durch einen alltäglichen Zufallsbefund herauskommen. Vers 9 lesen wir dann, da rief Abimelech den Isaac und sprach sie, sie ist deine Frau. Wie konntest du sagen, sie ist meine Schwester? Es ist schlimm genug, dass der heidnische Herrscher den Gottesmann moralisch zurechtweisen muss. Das ist peinlich und es ist schlecht für sein Zeugnis. Und immerhin lässt Abimelech eine ordentliche Eheethik erkennen, dieser Heide. Er sagt ganz klar, Ehebruch ist Schuld. Das ist ein No-Go, das geht überhaupt nicht. Aber Gott lässt es nicht dazu kommen. Er hält seine schützende Hand über Isaac und Rebekah und bewahrt ihre Ehe vor größerem Schaden. Mal abgesehen von dem Vertrauensbruch, der dort sicherlich auch erstmal geheilt werden musste. Der Schwindel fliegt jedenfalls rechtzeitig auf. Und trotz aller Defizite beschenkt Gott dieses durchschnittliche Leben Isaacs mit großem, auch materiellem Erfolg. Und zwar so deutlich, dass es selbst für die Heiden unübersehbar ist. Eines Tages kommt der Nachfolger des alten Abimelech mit einem ähnlichen Anliegen zu Isaac, wie seinerzeit der alte Provinzfürst zu Abraham gekommen war. Eine ganz ähnliche Begegnung. Und auch der jüngere Abimelech hat wieder seinen Pichol dabei. Das war wahrscheinlich auch ein gewisser Titel für den militärischen Beauftragten dort. Und dann lesen wir im Vers 26. Und Abimelech kam zu ihm, also zu Isaac von Gerar mit Achussat, seinem Freund, und Pichol, seinem Heerführer. Wie gesagt, wohl ein Titel. Und dann Vers 28. Sie sprachen, wir haben deutlich gesehen, dass der Herr mit dir ist. Und darum haben wir uns gesagt, es soll ein Eid zwischen uns sein, zwischen uns und dir. Und wir wollen einen Bund mit dir machen, dass du uns keinen Schaden zufügst, wie wir auch dich nicht angetastet haben und dir nur Gutes taten und dich im Frieden haben ziehen lassen. Du bist nun einmal der Gesegnete des Herrn. Da bereitete er ihnen ein Mahl. Sie aßen und tranken und am Morgen früh standen sie auf und schworen einander den Eid. Da ließ Isaac sie gehen und sie zogen in Frieden von ihm weg. Und das geschah am selben Tag. Da kamen Isaacs Knechte und sagten ihm von dem Brunnen, den sie gegraben hatten und sprachen zu ihm, wir haben Wasser gefunden. Und er nannte ihn Sheba. Daher heißt der Ort Beersheba bis zum heutigen Tag. Ganz interessant. Schon Abraham hatte den Brunnen ja so benannt, in dem dieses Wort für schwören steckt, Beersheba, weil sie auch damals einen Vertrag beeidet hatten. Also der Brunnen würde von jetzt an Abraham gehören und damit Gottes Volk. Das war schon knapp 100 Jahre früher gewesen. Und man wolle sich künftig nicht gegenseitig bekämpfen. Und jetzt wird dieser Friedenseid der Alten zwischen Isaac und dem neuen Abimelech erneut bekräftigt. Und sie bekräftigen damit auch den Namen dieses Brunnens. Auch hier geht also Isaac immerhin ganz brav in den Spuren Abrahams. Er setzt aber keine weiteren Akzente. Und der letzte Hinweis in diesem Kapitel ist dann schon wieder ein Dämpfer. Das sind die Verse 34 und 35. Als aber Esau, also einer der Söhne, 40 Jahre alt war, nahm er Judith zur Frau, die Tochter Beris des Hittitas und Basmat, die Tochter Elons des Hittitas. Die bereiteten Isaac und Rebekah viel Herzenskummer. Also so groß der Erfolg nach außen hin war, so schwierig gestalten sich teilweise die Verhältnisse im Inneren. Jetzt vergleichen Sie mal, auf welchem Wege Isaac selbst zu seiner Rebekah gekommen war damals. Als der Brautwerber ausgesandt wurde mit einem ganz klaren Auftrag, nur eine gläubige Frau, wenn wir das so abgekürzt sagen können, nur eine gläubige Frau für Isaac zu suchen. Und Esau hier wählt Frauen aus dem heidnischen Umfeld mit heidnischem Glauben. Das markiert dieser Text auch eindeutig als ein Problem. Und das hat nichts zu tun mit kleinkarierter Ausländerfeindlichkeit oder einem kulturellen Dünkel. Sondern bei dieser Entscheidung geht es um eine tiefe geistliche Wahrheit. Das Entscheidende in unserem Leben ist Gott. Und die wichtigste menschliche Verbindung ist die mit unserem Ehepartner. Und deshalb müssen die beiden zusammenpassen. Das werden wir demnächst bei Jakob auch wieder sehen. Allerdings bei Esaus neuen Errungenschaften wird diese Spannung, die aus der Glaubensgegensätzlichkeit erfolgt, schnell deutlich im Zusammenleben der Familie. Und der Text betont extra nochmal, dass die Isaac und Rebekah sehr viel Herzeleid bereitet haben. Immerhin hat diese Erfahrung den Vorteil, dass die Eltern bei Jakob dann umso besser darauf achten werden, aus welchem, ja wenn ich das so sagen darf, aus welchem Pool er gewissermaßen seine Ehefrau sucht. Dazu kommen wir dann in Kapitel 27. Sie müssen wissen, zu dem Zeitpunkt ist Isaac inzwischen schon 100 Jahre alt. Das wissen wir aus Genesis 25 Vers 26, wenn wir das miteinander kombinieren. Und in den nächsten beiden Kapiteln kommt dann noch der unrühmliche Streit der beiden Söhne zur Sprache Jakob und Esau. Und da agiert Isaac wieder alles andere als souverän, alles andere als souverän. Und danach verschwindet er völlig aus unserem Blick, bis wir am Schluss von Kapitel 35 von seinem Sterben im Alter von 180 Jahren erfahren. Und wir fragen, was ist in den letzten 80 Jahren geschehen? Wir wissen es nicht. Offensichtlich nichts Besonderes. Nichts, was in Gottes Augen noch irgendwie berichtenswert gewesen wäre in den letzten 80 Jahren. Ein durchschnittliches Leben. Und dann kommen wir ins Neue Testament. Und dann sehen wir, dass der Herr Jesus von Isaac aber immer wieder gesprochen hat in einem Atemzug mit Abraham, Isaac und Jakob. Das haben wir doch so im Ohr als Bibelleser. Und wo immer wieder deutlich wird, der Isaac wird im Himmel dabei sein und ist jetzt schon bei Gott. Nur ein Beispiel in dieser Auseinandersetzung mit den Sadduzeern. In Matthäus 22 wird das berichtet. Da diskutiert Jesus mit dieser liberalen jüdischen Gruppierung, die schon damals bestritten hat, dass die Auferstehung eine Realität sei. Es kann keine Auferstehung von den Toten geben, haben die rationalistischen Sadduzeer behauptet. Und Jesus hat ihnen dann einen Schriftbeweis, einen Gegenschriftbeweis gegeben, aus dem Textbereich, den auch die Sadduzeer anerkannten, nämlich aus den fünf Büchern Mose. Und dann hat der Jesus zitiert aus 2. Mose 3, Vers 6, wo Gott zu Mose sagt, und wir lesen das nach in Matthäus 22, Abvers 31. Was aber die Auferstehung der Toten betrifft, habt ihr nicht gelesen, was euch von Gott gesagt ist, der da spricht? Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaks und der Gott Jakobs. Gott ist aber nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Eine hoch spannende Argumentation unseres Herrn. Jesus verweist auf das Tempus, also auf die grammatikalische Zeit dieses Satzes. Gott hat gesagt, ich bin der Gott Abrahams, Isaks und Jakobs. Und Gott hat nicht gesagt, ich war der Gott Abrahams, Isaks und Jakobs. Und Jesus kombiniert das dann und sagt, Gott ist ein Gott der Lebendigen, also der Lebenden. Und wenn Gott sagt, ich bin der Gott Abrahams und Isaks und Jakobs, heißt das, dass Abraham, Isak und Jakob jetzt leben, bei ihm leben, bei ihm geborgen sind. Wir werden im Himmel wiedersehen. Das sagt Jesus in Matthäus 22. Und damit haben wir gezeigt, dass Isak eindeutig gläubig war. Und nun können wir den ersten Haken einschlagen für unsere Schlussfolgerung, für unsere Anwendung. Ja, es war ein durchschnittliches Leben erstens und trotzdem echt. Ein durchschnittliches Leben erstens und trotzdem echt. Und dieses echt bezieht sich auf seinen Glauben, auf sein Verhältnis zu Gott. Es war echt. Das wird auch in Hebräer 11 bestätigt. Ja, Isaks Glaube war echt. Und wir sehen es hier, ja auch in unserem Text schon, sehen wir es ebenfalls aufleuchten in Genesis 26. Isak verwaltet nicht nur das Erbe. Isak führt nicht nur einfach die Tradition seiner Familie weiter, sondern der lebendige Gott ruft ihn persönlich und behaftet ihn bei seiner Verantwortung. Und Gott bietet ihm auch hier diese ganz persönliche Gemeinschaft an, wenn er in Vers 3 sagt, ich will mit dir sein und dich segnen. Genauso wie mit Abraham. Und das ist so herrlich. In Vers 3 und 4 bekräftigt der Herr dann nochmal die alte Abrahams Verheißung, aber fast ausführlicher noch. Er sagt, ich will mit dir sein. Dir und deinem Samen will ich diese Länder geben und will den Eid bestätigen, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe. Und ich will deinen Samen mehren, wie die Sterne am Himmel. Und will deinem Samen das ganze Land geben. Und in deinem Namen sollen gesegnet werden alle Völker der Erde. Da wird nichts zurückgenommen gegenüber dem, was Gott dem Abraham seinerzeit versprochen hatte. Ich bin mit dir. Und schauen Sie, das wird der Heide später sogar anerkennen müssen. Es ist ja interessant, dass Gott dem Isak dann später wirklich nochmal direkt wirklich erscheint. Der erschien ihm in jener Nacht, Vers 24 in Beersheba, nach diesem Brunnen teilte rein und sprach. Ich bin der Gott deines Vaters Abraham. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Ich will dich segnen. Ich will deinen Samen mehren. Immer wieder bestätigt Gott das. Und später müssen sogar die Heiden anerkennen in Vers 28. Wir haben deutlich gesehen, dass der Herr mit dir ist. Trotzdem echt. Ein durchschnittliches Leben und trotzdem echt. Und schauen Sie, von diesem Prinzip geht Gott nicht ab, dass er uns persönlich ruft. Ohne das gibt es keinen echten Glauben. Glaube wird nicht vererbt. Isak ist ja schon die zweite Generation. Isak hat schon immerhin gläubige Eltern. Er hat Eltern, von denen wir wissen, dass sie vor seiner Geburt für ihn gebetet haben. Kapitel 25, 21. Und trotzdem ruft der Herr den Isak individuell. Und so klar Gott den Segen mit seinem Versprechen gegenüber Abraham verbindet und sagt, wie ich es Abraham gesagt habe, denn ich bin treu. So klar Gott das macht, kommt Isak trotzdem nicht darum herum, dass der Herr ihn persönlich anruft und aufruft und dass der Herr ihn persönlich in diese Entscheidung stellt. Isak ist eigentlich typisch für Kinder gläubiger Eltern. Isak erlebt schon von klein auf, dass man mit Gott rechnen kann und muss. Und das ist wunderschön, wenn Kinder an ihren Eltern sehen, dass nichts und niemand ernster zu nehmen ist als Gott. Ungemein wertvoll. Aber es hat auch eine Falle, auf die man achten muss. Isak erlebt nicht so diesen Bruch zwischen Unglaube und Bekehrung. Er erlebt ihn nicht so stark wie die erste Generation. Das ist immer so. Gucken wir uns das am Beispiel der Beschneidung an. Die wurde von Abraham ganz bewusst erlebt. Er sollte sich beschneiden lassen, als er ein Erwachsener war. Nachdem er Gott begegnet war. Das war neu und aufregend für ihn. Und dann bekommt er den Auftrag, um deutlich zu machen, dass auch seine Kinder in diesen Bund hineingerufen sind, von nun an die Säuglinge am achten Tag zu beschneiden. Isak wird auf Gottes Anordnung ausdrücklich schon mit acht Tagen beschnitten. Und auch auf dieser Säuglingsbeschneidung liegt ein ganz besonderer Glanz. Eine Verheißung Gottes. Eine Zusage. Meine Treue gilt auch diesem kleinen Menschlein. Und das wird auch zu mir gerufen. Und wenn der mir glaubt, wird er auch gerettet werden. Tja, und dann macht Isak als Kind, als schon wahrscheinlich Teenager, diese einzigartige Erfahrung am Berg Moria, als sein Vater mit ihm loszieht. Mit dieser unvorstellbaren Aufgabe, den Sohn opfern zu sollen und Gott dann in so wunderbarer Weise sie davor bewahrt. Und wir hatten das ja gesehen, wie Vater und Sohn miteinander diesen Weg wirklich in inniger Gemeinschaft gehen. Das bekommt er mit. Und wir sehen in Kapitel 24, 63, wie er betet in Erwartung, dass ihm seine potenzielle Ehefrau gebracht wird. Er betet. Und wir sehen dann in Kapitel 25, er betet auch für den Nachwuchs, dass der Herr ihm den doch schenken möge, ihm und seiner Frau. Und in diese Zeit fällt auch dieser persönliche Anruf Gottes. Und so macht es der lebendige Gott bis heute. Er macht es nicht immer nach demselben Schema. Damals gab es ja noch keine abgeschlossene Bibel, darum ist das damals oft ja noch drastischer vor sich gegangen. Und wir erfahren auch nicht, in welcher Situation Isaac sich bekehrt hat. Aber wir sehen sein Vertrauen. Wir sehen, dass er mit Gott rechnet. Wir sehen, dass er Gott folgt. Wir sehen, dass Gott sagt, bleib in Gerar. Und er bleibt in Gerar in Vers 6. Und wir sehen dann diese Zeichenhandlung nach der Begegnung in Bersheba, dass er dort diesen Altar errichtet als ein Zeugnis. Vers 25, da baut er dort ein Altar und rief den Namen des Herrn an. Luther übersetzt mal und verkündete den Namen des Herrn. Klar, so ein Altar war immer auch ein Akt der Verkündigung, des Bekenntnisses. Und er schlug dort sein Zelt auf und sagte, jawohl, mein Leben und all mein Land, was ich einmal bekommen werde, gehört dem Herrn. Deswegen hier der Altar als ein Zeichen, als ein Signal. Ein bisschen so wie die Amis, als sie bei ihrer Mondlandung dann die amerikanische Flagge dort hesten. Und all diese Beobachtungen zeigen, dass Isaac sich für sein Verhältnis zu Gott nicht auf Abraham berufen konnte. Er konnte nicht sagen, ja, meine Eltern haben diesem Gott ja schon geglaubt. Das stimmt, das wusste er, das war auch so und das war auch gut so. Aber das reichte nicht. Isaac musste selber glauben, selber gehorchen, selber die richtigen Entscheidungen treffen, selber sich vor Gott beugen, selber zu ihm rufen. Es gibt, liebe Leute, kein Glaubensleben aus der Konserve. Es gibt kein Glaubensleben als Erbgut und Gratisticket, sondern für die Gemeinde Jesu bedeutet das, wie Wolfgang Bühne immer wieder sagt, in jeder Generation muss es wieder neue Erweckungen geben. Wir können uns nicht darauf verlassen, ja, das ist mal gut gestartet und irgendwie wird es weitergehen. Nein, muss es nicht unbedingt. Weder in einer Gemeinde noch in einer Familie. In jeder Generation müssen wir neu darum ringen, dass Gott die Menschen persönlich zu sich ruft. Und jede Generation ist wieder für sich ganz persönlich gefordert. Klar, die Verheißung des Landes, die war unumstößlich, wie wir in Vers 5 sehen. Das hatte Gott mit Abraham ein für allemal festgemacht. Gott würde zu seinem Ziel kommen, ja, natürlich. Aber wenn Isaac dabei sein wollte, wenn er daran teilhaben wollte, dann musste er Gottes Verheißung persönlich ergreifen. Und das hat er gemacht. Und entscheidend ist nicht, ob du durchschnittlich oder überdurchschnittlich bist, sondern vor Gott zählt erstmal, ob du echt bist. Vor Gott zählt erstmal, ob du echt bist im Glauben. Und trotzdem echt. Das ist das Erste. Und dann weiter zu einer zweiten Anwendung. Ein durchschnittliches Leben, ja. Und zweitens, und trotzdem gesegnet. Und trotzdem gesegnet. Wenn wir nach einem besonderen Merkmal suchen, das Isaacs Leben kennzeichnet, dann kann man sagen, sein Leben war gesegnet. Und so wird das hier mehrfach gesagt. In Vers 3, ich will mit dir sein und dich segnen. In Vers 12, der Herr segnete ihn. In Vers 28 merken es die anderen. Wir haben gesehen, dass der Herr mit dir ist. Und in Vers 29 am Ende sagen sie, du bist nun einmal der Gesegnete des Herrn. Das ist unverkennbar. Das können nicht wir leugnen. Was heißt gesegnet? Gesegnet heißt nicht problemlos, sondern gesegnet bedeutet von Gott beschützt. Von Gott beglaubigt auch. Dadurch, dass Gott sich dir in Wohlwollen zuwendet, dass er sich um dein Leben kümmert und das steckt ja auch in diesem Segenszuspruch, mit dem wir Gott darum bitten, unser Leben zu segnen, unser Leben unter seiner wohlwollenden Zuwendung auch durch die nächste Woche zu führen. Das ist Segen. Von Gott beschützt, versorgt, beglaubigt. Und das verspricht Gott. Schauen Sie, und ein sehr profanes, alltägliches Beispiel, an dem unser Text den Segen zeigt, ist der Kampf um die Brunnen. Die Brunnen hatten ja eine strategische Bedeutung für die Landwirtschaft. Die Brunnen waren wichtig für die Wasserversorgung, der Felder, der Tiere. Und sie waren wichtig auch als Besitzanspruch. Die Brunnen bezeichneten ein gesichertes Terrain. Und von daher hatten sie natürlich auch eine starke psychologische Wirkung. Wem gehört der Brunnen da? Und der? Und der? Hat sich schon ganz schön breit gemacht. Und deswegen eigneten sich diese Brunnen auch für eine Politik der Nadelstiche. Und das haben die Philister versucht. Die haben gesagt, also wir wollen den Isaac mal jetzt nicht zu stark werden lassen. Und was haben sie gemacht? Vers 5, sie haben die alten, äh Vers 15, sie haben die alten Abrahamsbrunnen verstopft. Und gesagt, na, dem werden wir das Leben schwer machen. Den Brunnen verstopft, diesen verstopft. Wir machen ihnen das Leben schwer. Und dann schaltet sich Abimelech ein in Vers 16 und will eine Eskalation verhindern. Aber schauen Sie, was passiert. Und Abimelech sprach zu Isaac, geh fort von uns, denn du bist uns viel zu mächtig geworden. Und sie verlieren den Brunnen. Und Isaac verliert sein Aufenthaltsrecht an dieser Stelle, weil Abimelech Machtverlust und Konflikte fürchtet. Und was macht Isaac? Er gibt das Terrain kampflos auf. Ja, so nach dem Motto, der Klügere gibt nach. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Jakob so klein beigegeben hätte. Werden Sie noch sehen, wenn Jakob drankommt. Und Isaac, was macht er? Er weicht aus in ein entferntes Tal, wahrscheinlich im Osten der Hauptstadt. Das steht im Vers 17. Da zog Isaac fort und lagerte sich im Tal Gerar und wohnte dort. Und was geschieht? Von dort aus beginnt er nun mit der Renovierung der verstopften Brunnen. Vers 18. Und Isaac ließ die Wasserbrunnen aufgraben, die sie zur Zeit in seines Vaters Abraham gegraben hatten, die die Philister nach dem Tod Abrahams verstopft hatten. Und er nannte sie auch sehr geschickt mit denselben Namen, mit denen sein Vater sie benannt hatte. Da will er also an alte Rechtsansprüche erinnern. Und darüber hinaus finden seine Leute auch wieder neue Brunnen. Vers 19 gruben Isaacs Knecht im Tal und fanden dort einen Brunnen lebendigen Wassers. Und was passiert? Zweimal reißen die Bewohner ihnen die Trophäe wieder aus der Hand. Vers 20. Aber die Hirten von Gerar stritten sich mit den Hirten Isaacs und sprachen, das Wasser gehört uns. Da nannte er den Brunnen Esek, weil sie sich dort mit ihm gestritten hatten. Also Esek bedeutet Zank. Da gruben sie einen weiteren Brunnen und um den stritten sie auch. Da nannte er den Brunnen Sita. Das bedeutet Anfechtung. Oder, ja genau, Anfechtung oder Anfeindung kann man auch sagen. Und wissen Sie, wenn man das so liest, Isaac gibt jedem Ort einen Namen, er nennt das Zank, er nennt das Anfeindung und man sieht das als Leser und sagt, Junge, es ist doch egal, wie du die Brunnen nennst, du solltest jetzt endlich mal einen dieser Brunnen verteidigen. Das hilft es, dass du sie benennst. Halte sie fest. Und das passt in das Gesamtbild. Ja, und das nächste Ausweichmanöver führt dann endlich zum Erfolg, weil es keinen Widerstand gibt. Vers 22. Es ist auch krass, wie realistisch der Text uns das alles berichtet. Verstehen Sie, wir müssen nur genau hingucken. Da brach er von dort auf und grub einen weiteren Brunnen, um den stritten sie nicht. Darum nannte er ihn Rechobot und sprach, nun hat uns der Herr einen weiten Raum gegeben, damit wir fruchtbar sein können in diesem Land. Rechobot heißt weiter Raum. Und dann von dort aus, das haben sie immerhin gesichert, zieht Isaac weiter ostwärts zum alten Standort in Beersheba und kommt offensichtlich innerlich immer noch nicht zur Ruhe. Und Gott handelt an ihm mit großer Empathie, mit großer Fürsorge. Dann kommt dieser tröstende Zuspruch, Vers 24, der Herr erschien ihm in jener Nacht und sprach, ich bin der Gott deines Vaters Abraham, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Wahrscheinlich ist ihm immer noch ziemlich mulmig gewesen. Und das alles wird schonungslos geschildert. Das ist alles andere als eine Heldengeschichte, aber das ist biblischer Realismus. Und der Bibeltext bewertet Isaacs Verhalten nicht. Was Gottes Wort hier allerdings bewertet, ist das Ergebnis. Und das Ergebnis ist Segen. Eindeutig. Ein durchschnittliches Leben und trotzdem reich gesegnet. Damit muss man mal fertig werden. Und schaut, darauf kommt es auch für uns an. Entscheidend ist zunächst mal nicht, wie heldenhaft oder nicht heldenhaft dein oder mein Leben ist, sondern dass es gesegnet ist. Und das macht dieser Text hier so deutlich. Wo in den Versen 3 und 4 auch diese volle Verheißung nochmal wiederholt wird, die Gott Abraham gegeben hatte, Gottes treue Beweis. Und zu Isaacs Zeiten, das muss man festhalten, erfüllen sich bereits mehr Verheißungen als bei Abraham. Der Ausleger Helmut Frey hat gesagt, Gottes Plan marschiert. Gottes Plan marschiert. Und das bei diesem blassen Patriarchen. Am Ende hat er die Situation in Bersheba stabilisiert und ein Abkommen in der Tasche. Und die Philister haben wir ja gelesen, müssen seine Überlegenheit anerkennen und ihm um Goodwill bitten, weil sie sagen, du wirst hier noch immer mächtiger werden. Das sehen wir schon. Du bist der gesegnete Herrn. Mach bitte wenigstens mit uns einen Vertrag, dass du uns dann genauso rücksichtsvoll behandeln wirst, wie wir dich. Das war auch ein bisschen geschönt. So rücksichtsvoll waren sie nicht immer gewesen. Und die Tragweite der Verheißung wird auch von Gott nochmal bestätigt und eher ausgeweitet. Das heißt, trotz Isaacs persönlichem Mittelmaß ist seine Bilanz in diesem Kapitel ausgesprochen erfolgreich im Sinne von gesegnet. Und nochmal, entscheidend ist nicht heldenhaft, sondern entscheidend ist gesegnet. Und darin liegt für uns gleichermaßen sowohl eine tröstliche als auch eine demütigende Botschaft. Eine tröstliche und eine demütigende. Der AT-Ausleger Davis hat das so beschrieben. Er hat gesagt, Genesis 26 will dich ermutigen, indem das Kapitel zeigt, dass Gott treu zu seinen Verheißungen steht, auch wenn seine Diener nicht gerade All-Stars sind. Also All-Stars, das sind diese Spitzenspieler zum Beispiel beim Basketball oder beim Football. Und Davis sagt, Gott will uns ermutigen, indem er uns zeigt, dass Gott zu seinen Verheißungen treu steht, auch wenn seine Diener eben nicht gerade All-Stars sind. Und Friedrich Wilhelm Krummacher, der Theologe des 19. Jahrhunderts, hat die gleiche bittersüße Wahrheit etwas lyrischer ausgedrückt. In diesem Vers, das war ja so dein Wesen von alten Tagen her, dass du dir hast erlesen, was arm, gebeugt und leer, dass mit zerbrochenen Stäben du deine Wunder tatst und mit geknickten Reben die Feinde untertratst. Gott ist so stark, dass er sich das leisten kann. Einem Patriarchen wie Isaac. Ein durchschnittliches Leben und trotzdem gesegnet. Und das hängt ganz eng mit Punkt 1 zusammen. Ein durchschnittliches Leben und trotzdem echt, echtem Glauben. Gott macht seinen Segen doch nicht davon abhängig, dass wir überdurchschnittliche All-Stars sind. Sondern Gott macht seinen Segen, bindet seinen Segen daran, dass wir ihm echt glauben. Ihm echt glauben. Trotzdem echt. Aber wenn du diesen echten Glauben hast, dann will Jesus den auch wachsen lassen. Dann will Jesus dich auch stark machen. Und darum sollen wir uns an Isaac nicht unbedingt ein Beispiel nehmen. Wir sollen nicht an Isaac Maß nehmen, um uns über unsere geistliche Durchschnittlichkeit hinweg zu trösten. Und darum muss ich als letzten Punkt unbedingt noch eins hinzufügen. Ja, trotzdem echt. Ja, trotzdem gesegnet. Und nein, Punkt 3, trotzdem kein Vorbild. Das ist der letzte Punkt. Ein durchschnittliches Leben. Ja, und trotzdem kein Vorbild. Du und ich, wir sollen an unserem geistlichen Leben nicht an Isaac Maß nehmen. Bitte nicht. Und deswegen bin ich so dankbar, dass der Chor extra dieses Lied für uns heute noch eingeübt und gesungen hat. Sei stark in dem Herrn und sei guten Mutes. Dass uns das so in dieser Weise entgegengesungen wurde. Sei stark, sei stark, sei stark in dem Herrn und sei guten Mutes, denn er führt dich recht. Sei stark, sei stark in dem Herrn, denn der Sieg gehört dir, seinem Knecht. Und trotzdem kein Vorbild. Ja, natürlich, wie Paulus sagt, auch wir haben diesen Schatz nur in irdenen Gefäßen. 2. Korinther 4, Vers 7. Das heißt, wir sind ganz schön zerbrechlich als Gefäße. Das stimmt. Aber Jesus will daraus, das hat Paulus auch gesagt, geheiligte Gefäße zu seiner Ehre machen. In 2. Timotheus 2, 21, da vergleicht Paulus Christen mit Gefäßen in Gottes Haushalt. Also so Geschirr kann man vielleicht sagen. Und da sagt er, wir sollen ein Gefäß sein, 2. Timotheus 2, 21, zur Ehre, geheiligt und dem Hausherrn nützlich zu jedem guten Werk zubereitet. Das heißt, wir sind irdene Gefäße, aber wir sollen Gefäße zur Ehre sein und darum sollen wir auch stark werden. Und darum hatten wir in der neutestamentlichen Lesung im ersten Teil des Gottesdienstes die Waffenrüstung auf Epheser 6, wo es in Vers 10 heißt, seid stark in dem Herrn. Darauf gründet auch dieses Lied. Und in der Macht seiner Stärke wörtlich steht dort im Griechischen werdet stark in dem Herrn. Also nochmal, so ermutigen Gottes Weg mit Isaac ist Isaac als Person. Dieses durchschnittliche Leben ist für uns kein Vorbild. Es ist ein Trost in gewisser Hinsicht, dass Gott auch mit solchen Leuten zum Ziel kommt. Aber es ist kein Vorbild. Und das Neue Testament macht immer wieder deutlich, dass Jesus uns mit einem überdurchschnittlichen Segen überschütten will. In Johannes 10, Vers 10 hat er gesagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge. Nicht nur so ein, naja, dahin stolpern und irgendwie ist man ja Christ und okay. Ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und volle Genüge, sagt er. Und er will uns überdurchschnittlich verändern. In 2. Korinther 3, Vers 18 sagt Gott uns durch Paulus, dass wir durch den Heiligen Geist verändert werden von einer Herrlichkeit zu anderen. Von einer Herrlichkeit zu anderen werden wir verändert als die Kinder Gottes. Also trotzdem kein Vorbild. Werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und unser Dienst soll eine überdurchschnittliche Reichweite haben. Das muss gar nicht immer menschlich messbar sein, weil Jesus hat seinen Jungen gesagt, geht hin in alle Welt. Und wir werden erst mal in der Ewigkeit sehen, du und ich, was Gott durch unseren Dienst, durch unsere Gebete, durch unser Zeugnis berückt hat. Werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Wie soll das gehen? Das Entscheidende ist die persönliche Verbindung mit Christus. Das war schon im Alten Testament so. Nehemiah 8, Vers 10. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und Paulus wiederholt das gewissermaßen in Philipper 4, Vers 13. Philipper 4, Vers 13, wo er sagt, ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Luther hat übersetzt, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Und das ist das Prinzip. Diese Stärke ist eine indirekte Stärke. Es kommt nicht darauf an, dass wir irgendwie den, den Aufbau unserer Muskeln beobachten, sondern dass wir mit Jesus leben, dass wir in seinem Wort uns gründen, dass wir zu ihm mit allem kommen, was uns bewegt. Das ist eine indirekte Stärke. Wir sollen uns an Jesus spinnen und er, er macht uns stark. Manchmal so, dass wir es gar nicht merken. Aber dass wir uns an ihm klammern und mit ihm leben, das ist Stärke. Ich hörte von einem kleinen Mädchen, das in der Schule fröhlich erzählte, sie sei Christ geworden. Und sie versuchte, das uns zu erklären. Was ist da geschehen? Ja, sagt sie, Jesus ist jetzt in meinem Herzen. Und sie meinte diese persönliche Verbindung. Ihr Lehrer hörte das. Er war sehr spöttisch und kritisch und sagt, naja, aber was geschieht, wenn der Teufel an die Tür deines Herzens klopft? Da sagt das Mädchen einfach, ich würde Jesus an die Tür schicken. Nach dem Motto, der wird schon mit dem Teufel fertig. Und das ist genau die richtige Antwort. Das ist genau, da sind eine tief kluge Antwort gewesen, ja. Das ist Stärke. Ich würde Jesus an die Tür schicken. Wir verlassen uns nicht auf uns selbst, wir verlassen uns auf Jesus. Und das macht uns mutig, auch wenn wir uns manchmal sehr ängstlich vorkommen. Natürlich, dadurch ist nicht ausgeschlossen, das wissen wir alle, dass wir von Zeit zu Zeit schwache Stunden haben. Wer von uns will das nicht kennen? Und als Paulus das hier schreibt, werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und als er das schreibt, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, da sowieso in Philippa 4, da sitzt er selbst noch im Gefängnis. Da hat er keine eigene Stärke und ist dennoch getrost, weil er auf Christus blickt. Wir kommen uns manchmal wahrlich nicht stark vor. Und wir sehen manchmal auch wahrlich nicht stark aus. Aber entscheidend ist nicht, ob wir uns stark vorkommen oder ob wir stark aussehen, sondern entscheidend ist, was Jesus aus uns macht. Werdet stark in dem Herrn. So durfte es Ludwig Ingwer Nommensen erfahren, mit dem ich schließe, geboren 1834. Ein junger Mann, über den viele gesagt haben, ein durchschnittliches Leben. Als junger Kerl bewirbt sich der Bauernjunge aus Ostfriesland an einer Bibelschule in Wuppertal. Er erklärt den Leuten von der Aufnahmekommission mit unbeholfenen Worten, ja, er habe Gottes Berufung vernommen, er wolle in den Missionsdienst gehen und deshalb bitte er um diese Ausbildung. Und die Leute von der Missionsleitung sind verdutzt und gucken sich den jungen Kerl an, der da so ungelenkt daherkommt. Was sollen sie mit dem anfangen? Wird das überhaupt klappen? Und sie bescheiden ihn mit folgender Auskunft. Sie sagen, überlegen Sie sich das lieber nochmal, ob das wirklich die richtige Aufgabe ist, Mission für Sie. Der junge Mann verlässt traurig den Raum, aber am nächsten Tag steht er wieder auf der Matte und sagt, ich habe etwas gelesen in Offenbarung 3, am Ende des Neuen Testaments, da sagt Jesus, du hast eine kleine Kraft, aber ich habe vor dir gegeben eine offene Tür und niemand kann sie zuschließen. Daran will ich mich halten, bitte nehmen Sie mich auf. Nach einigem Zögern entschließt man sich, bin ich überzeugt dazu, den jungen Mann doch irgendwie zu unterrichten. Vier Jahre dauert die Ausbildung, das Lernen fällt ihm oft schwer. Aber dann ist es endlich soweit, er darf ausreisen nach Sumatra. Die Missionsleitung entsendet den 27-Jährigen ohne große Erwartungen. Weihnachten 1861. Und dann versucht er dort vor Ort Fuß zu fassen. Vor allem die Gruppen der Batak widersetzen sich, halten an ihrer animistischen Religion fest. Und als er sich vorbereitet, in ihr Gebiet speziell zu reisen nach Java, bekommt er die Nachricht, dass zwei amerikanische Missionare vorher von den Batak getötet und gefressen worden sind. Seine Freunde raten ihm dringend von diesem Himmelfahrtsunternehmen ab. Er aber schreibt in sein Tagebuch, ob es zum Leben oder Sterben geht, zu diesen von dir Jesus mit deinem Blut erkauften Menschen will ich gehen. Das heißt, für die bist du auch gestorben. Als er schließlich 1918 in Sumatra zu Grabe getragen wird, mehr als 40 Jahre später, da folgen viele Batak seinem Sarg, die durch ihn zu Jesus gefunden haben, die durch ihn Christen wurden. Gott macht den Ludwig Ingwer Nommensen, den sie zu unbegabt für die Missionsschule hielten. Er macht ihn zum Werkzeug einer riesigen Erweckung in Sumatra. Die Batak-Kirche hat mehr als 180.000 Lieder in 500 Gemeinden. Das macht Gott. Wirst du ihm zur Verfügung stehen? Ein mächtiger Herr, wir erloben dich dafür, dass du mächtig bist und dass du dich von unserer Schwäche und Schwachheit nicht daran hindern lässt, deinen Plan zu vollenden und Großes zu tun. Ach, lieber Herr, bitte gib, dass wir in diesem Sinne stark werden, wie du es uns durch Paulus beschrieben hast. Danke, dass der Segen nicht an uns hängt, sondern an dir. Aber Herr, wir wollen echt sein, echt im Glauben an dich, echt darin dir zur Verfügung zu stehen, als Einzelne und als ganze Gemeinde. Bitte lass uns treu sein und tue du dein Werk. Du bist der Sieger und dir soll alle Ehre gehören, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Nun lasst uns das nächste Lied miteinander singen. Keiner